Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Keine Ahnung, wo ist denn das? Was ist denn morgen? Der Papa wird klein zu einer Pflege. Rechnen, lesen, schreiben und so. Hallo Gabi, der Simon ist da. Ja, wenn ihr es nur wollt, dass ihr die Arme rufen soll und dass ihr nur wollt, und wenn ihr es nur wollt, wie es in der Schule war, machen. Super für die Arme. Musik Nimmst du das auch auf, was du jetzt da rät? Ja. Du, darfst du mir das schon vor, wenn du am ersten Schultag am Schlagzeug spielst? Sicher, nur wenn man Kalt hat. Ich hab keine Ahnung. Von was? Von der Schule wäre das wert. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich hab keine Ahnung. Samuel. Was ist? Jetzt aber. Jetzt ist es so weit, oder? Das ist so weit. Geht's los? Ich hab keine Ahnung. 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 Gab mir das jetzt von dir. Ja. Und wenn einer sagt, er versteht es, hat er dadurch schon bewiesen, dass er es nicht versteht.